Wir Funker Wir Funker sind schon komisch drauf, machen wir den Mund erst auf. In unserem Wortschatz gibt es Namen, die es wirklich in sich haben. Die Kiste ist das Funkgerät, das Heiligtum und nicht verdreht. Steht der Spargel auf dem Dache, ist das eine starke Sache. Die Alphas sind des Funkers Frauen, auf die kann man am meisten bauen. Die Mikros, das sind deren Kinder, ohne sie wärs Leben minder. Die Keramik ist das Klo, ohne das wärst du nicht froh. Die Mobile ist dein Wagen. Hört ihr mich? Darf jeder fragen. Negativ heißt bei uns nein. Ins Mikro sprichst du täglich rein. Funken nennt man bei uns sprechen. Funkkontakte können brechen. Trägerdrücker nennt man Leute. Für die ist Stören, fette Beute. Die Oberwelle ist der Mann. Ein Stecker kommt ans Kabel dran. Zum guten Schluss sei noch betont. Das Funken sich doch immer lohnt. Bist nie allein, so wie im Bunker. Wenn du bist wie wir, die Funker. Ein Gedicht von Norbert van Tingelen aus dem Jahre 2007 und den Kabel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.